So, ich grüße euch, wir sind wieder mal da mit einem neuen Video. Und heute geht es mal nicht um Ausrüstung, heute geht es auch nicht um Überlebensausstattung oder Ponchos, Tarps, wie in den letzten Male. Heute geht es um etwas, wonach ihr extrem oft gefragt habt, nämlich Bekleidung. Es ist ja so, einiges von unserer Bekleidung seit längerer Zeit ausverkauft. Wir haben seit langer Zeit gesagt, liebe Leute, ja, wir machen eine neue Bekleidung, aber es dauert noch, weil es soll gut werden. Es hat gedauert, es wurde gut und jetzt ist es fertig und das möchten wir euch jetzt mal vorstellen. So, was wir jetzt hier sehen, ist der neue Bekleidungssatz bzw. unsere Einsatzfeldbekleidung, die Einsatzfeldhose und das Einsatzfeldhemd. Was man jetzt leider wegen der Lichtspiegelung hier nicht sieht, tatsächlich, was hier liegt, sind zwei verschiedene Farbtöne. Die werde ich euch auch gleich im Detail nochmal vorstellen. Aber das ist jetzt mal der Basisset an Ausrüstung, wie er jetzt bei uns neu im Shop ist. Eine klassische Infanteriehose. Wir haben uns gegen das, ich sage jetzt mal, Direct Action Modell für den Start entschieden, sondern eher die klassische, ja, wie man so schön sagt, KSK Hose. Eigentlich ist es ja eigentlich nur ein Revival der alten, ich glaube, Modell 78 Feldhose der Schweizer Armee. In deutlich leichterem Stoff, aber durch den Einsatz bei den Kommando Spezialkräften ist das Kleidungsstück eben einfach mit dem Namen KSK Hose geprägt. Tatsächlich nimmt man es jetzt genau, ist es nur dann eine KSK Hose, wenn es tatsächlich mit TL im Ausrüstungssatz oder Bekleidungssatz für Spezialkräfte aufgeführt wird. Und deswegen sind wir auch, ich sage jetzt mal, nicht so dreist, wir nennen das ganze KSK Hose. Bei uns ist das die Einsatzfeldhose Infanterie. Und wir haben uns da ein paar Details einfallen lassen. Dazu kommen wir gleich noch. Und daneben ist das Einsatzfeldhemd, das Combat Shirt. Das ist wie auch unsere Baselayer-Kleidung auf Basis eines Baumwoll-Bambus-Gemischs am Torso. Und für uns gefertigter Ripstop-Stoff an den Armen und Schultern und am Kragen. Wobei der Kragen innen auch aus dem Bambus-Bambus-Bambus-Gemisch ist, einfach um einen Scheuern zu verhindern. Auf die Details, da gehen wir jetzt gleich mal ein. So, was man jetzt hier sieht, ist der obere Teil der Einsatzfeldhose. Hier halten sich in Anführungszeichen die Innovationen tatsächlich in Grenzen, denn wir wollten eben einfach eine taugliche, robuste, hochwertige Feldhose machen. Wir wollten nicht das Rad neu finden. Ein paar kleine Features sieht man jetzt aber. Zum Beispiel rechts an den Beingurten ist eine kleine Gletschlaufe zu sehen. Damit kann das Restgurtband, wenn die Beine fixiert sind, beziehungsweise die Beingurte eingestellt sind, aufgerollt und ebenfalls fixiert werden. Das heißt, wenn die Hose getragen wird, bauen wir da nichts einzeln rum, so wie es jetzt hier auf dem Widerzusehen ist. Daneben, neben den Taschen, sehen wir schmale Bänder runterlaufen. Dahinter verstecken sich YKK, also YKK-Reißverschlüsse. Damit könnt ihr, wie früher bei der PCS-Hose, direkt in die Beintasche greifen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr aufgrund des Winkels nicht über die normale Klappe in die Tasche kommt, zum Beispiel, wenn ihr in einem KFZ oder in einem Transporter sitzt. Weiter oben sehen wir die Halterringe. Da könnt ihr Taschenmesser, Kompass etc. sichern. Und das ist auch eine Neuerung der Frontier-One-Begleitung. Das sind jetzt keine proprietären Begadi-Teile mehr. Wir haben ja vorher die Verschlüsse für uns fertigen lassen. Davon sind wir abgekommen. Was hier verwendet wird, sind Verschlüsse von ITV Nexus. Genauso sind alle Reißverschlüsse von YKK. Und wo es eingesetzt wird, Cordura ist von Invista. Was wir jetzt hier sehen, ist die Gesäß-Party der Hose. Wieder die ITV Nexus D-Ringe, die breiten Kurzschlaufen. Von der PCS-Hose hat es rüber geschafft, der erhöhte verlängerte Rücken, der einfach beim Hochrutschen des Oberteils den Rückenbereich vor Auskühlen schützt. Und was es auch mit rüber geschafft hat, sind unsere tiefsitzenden, nach außen verlegten Taschen, in die man problemlos auch mit Plattenträgern rankommt. Und natürlich in den großen Gesäßtaschen noch die mit Cordura verstärkten Messertaschen. Ansonsten sehen wir hier eine klassische Einsatzhose mit gedoppeltem Gesäß. Und machen mal weiter bei den Beinen, denn da haben wir auch ein paar neue Sachen mit drin. Was wir hier sehen, ist der hintere Kniebereich. Und ganz klassisch, wie bei klassischen Einsatzfeldhosen, kann man vorne Kniepolster einschieben. Es passen klassische flache Kniepolster, es passen aber auch die vorgeformten Kniepolster des Bekleidungssatzes Einsatz und Übung. Was wir aber noch gemacht haben, auf der Rückseite befindet sich ein Klettverschluss. Und mit Hilfe dieses Klettverschluss kann der Anpressdruck der Knieschuhner ein bisschen variiert werden. Das heißt, man kann wirklich dafür sorgen, dass die Knieschuhner genau da sitzen, wo man sie braucht. Und direkt darunter, sehen wir schon, das fängt da an, ist die Tasche für das Verbandszeug, beziehungsweise für die Israeli Bandage. Die ist so ausgelegt, dass in jede Tasche entweder ein Bundeswehrverbandspäckchen und ein Tourniquet passt oder in eine Tasche eine Israeli Bandage. Die ist am Bein so angelegt, dass sie vom Schwerpunkt nahe dem Knie ist. Und ist relativ flach aufgebaut, das heißt, sie erzeugt wenig Fliehkraft beim Laufen, auch wenn sie befüllt ist. Das wirkt eben auch einfach der Ermüdung entgegen. Hier haben wir jetzt eine Gegenüberstellung des Olivgrüntons und des Kargitons. Der Kargiton geht leicht mehr ins Gründliche. Und wie man hier auch ganz kurz sieht, die Kamera ist gerade auch etwas verwirrt. Und das war eigentlich auch unser Ziel. Wir wollten weg von dem Hüsten-Kaki hin zum, sag jetzt mal, All-Terrain-Kaki. Und deswegen haben wir jetzt hier einfach einen neuen Kargiton ja nicht entworfen. Wir haben uns eigentlich an der US-Ausrüstung in MJK, in Matt Johnson Kargiton, orientiert. Und haben da so einen Kargiton-Kaki-Schilf-Koyote eben für die Kleidung förben lassen. Das passt einfach für den europäischen Raum deutlich besser. Kann wunderbar immer noch mit Olivgrün oder mit Multicam oder Pencott kombiniert werden. Und in diesem Koyote wird unsere Bekleidung dann eben sein. Das wollten wir jetzt so ein bisschen im Vergleich auch nochmal zeigen. Kommt jetzt bei Sonnenschein, glaube ich, doch noch ein bisschen besser rüber, als wenn wir das auf unserem Fototisch eben darstellen. Und man sieht hier eben auch, wie das Muster arbeitet, wenn sich das Licht verändert. Und hier haben wir das Combat Shirt oder Einsatzfeldhemd. Das ist auch ganz klassisch aufgebaut. Das ist jetzt das klassische Combat Shirt, in dem Fall jetzt in Olivgrün. Schnitt ist, ihr seht es gleich, ihr habt hier unten ein kleines Täschchen, wo der Zipper verschwindet, wenn ihr aufmacht. Und ihr habt oben eine Zipperabdeckung und die Innenseite des Kragens ist aus den gleichen weichen Bambus, Baumwolle, Mischgewebe wie der Torso. Farblich ist es leicht abgesetzt, das ist auch so beabsichtigt. Und vom Schnitt her, wie gesagt, ein klassisches Combat Shirt. Ihr habt hier einen großzügigen Einschub für Ellbogenpolster. Ihr habt die Cuffs und auch hier wieder robustes Poly-Cotton-Ripstop-Gewebe für die Arme. Das wird unser neues Mainstay Combat Shirt. Das wird es auch in anderen Farben geben, sprich, das wird später auch in Coyote kommen. Das kommt in Flecktarn, das kommt auch im klassischen Pencourt, im Baumwolle-Mischgewebe. Und hier haben wir ein letztes Teil unserer Serie. Das ist das Windproof All-Season Combat Shirt. Das ist dafür ausgelegt, wirklich bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit, in der Pencourt Green Zone funktioniert, getragen zu werden. Das kann bei plus 5 Grad und Nieselregen genauso getragen werden, wie bei plus 25 Grad und wunderbar süßten Sonnenschein. Wir verwenden für den Torso auch wieder unser Baumwolle-Baumwolle-Mischgewebe. Aber für Schultern und Ärmel verwenden wir das original Pencourt Green Zone Light White Poly. Das ist mit einer DVR, mit einer wasserabweisenden Beschichtung ausgestattet, ist winddicht, enorm atmungsaktiv. Also wir haben ja einen Atmungsaktivitätsfaktor von weit über 15.000. Dieser Stoff atmet fast besser als Baumwolle. Der hat fast Eigenschaften wie leichte Sommerkleidung aus Leinen. Das ist einfach phänomenal. Wir haben diesen Stoff getragen am Wochenende bei Regen. Wir haben diesen Stoff aber auch am Wochenende getragen bei Sonnenschein, zusammen mit einem Plattenträger und in Bewegung. Und in beiden Fällen hatten wir ein super Klima. Und das ganze Combat Shirt ist in allen Dimensionen ungefähr um einen Zentimeter weiter geschnitten. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch einen Fließpulli oder auch den Nässerschutz, den unterziehenden Nässerschutz aus dem Bekleidungssatzeinsatz und Übung von Vala mit drunter ziehen. Und habt damit dann wirklich ein All-Season, All-Weather, All-Terrain Kleidungsstück. Es ist, glaube ich, für jemanden, der die Bekleidung noch nicht getragen hat, schwer zu verstehen, dass man für den Sommer ein Polyesterbekleidungsstück empfiehlt. Aber dieser Stoff ist von der Atmungsaktivität, vom kleinen Klima so hervorragend. Das Einzige, was wir an diesem Kleidungsstück tatsächlich bereuen, ist, wir bekommen den Stoff nur in Pencott Greensong. Würden wir diesen Stoff auch in Flektan bekommen, in Olivgrün, in unserem Kaki-Ton, wir würden das sofort mit in den Shop packen. Das geht jetzt aber leider nicht. Die Firma MMI produziert es leider nur in Pencott. Deswegen haben wir zumindest die Gelegenheit beim Shop vergriffen und bieten euch dieses Hemd in Pencott Greensong an. So, das war es auch schon wieder mit der Produktvorstellung. Wir haben euch jetzt die eigentlich drei wichtigsten Sachen, die wir jetzt neu im Shop haben vorgestellt. Das Combat Shirt, die Einsatzfeldhose und das All-Season Combat Shirt in Pencott. Es werden auf jeden Fall noch neue Sachen kommen. Ihr habt es auch schon gesehen, in den letzten Tagen kamen die neuen Molletaschen. Und damit ist noch nicht das Ende der Fahnenstränge erreicht. Wir geben da jetzt wirklich wieder richtig Gas. Da wird in einem, ich sage jetzt mal, stetigen Schluss Neues kommen. Ihr könnt gespannt sein, was wir da jetzt noch alles auf der Pfanne haben. Ich möchte allerdings auch noch mal ein Thema aufgreifen, das nicht so schön ist. Denn die Preise werden bei der Bekleidung und bei der Ausrüstung steigen. Bei der Ausrüstung in einem geringen Maß ist es einfach so, dass wir in den letzten fünf, sechs Jahren bei der Ausrüstung keine Preiserhöhung gemacht haben. Der Rohstoff aber deutlich teurer wurde. Das müssen wir jetzt leider nachholen. Aber bei der Bekleidung ist es einfach so, die Preise für Baumwolle, sprich für Bekleidungsstoff, sind so immens gestiegen in den letzten Jahren. Um das mal zu verdeutlichen, wir hatten zeitweise eine Phase, wo wir Bekleidung günstiger aus tausend Dekodura hätten produzieren können, als aus Bekleidungsstoff, eben weil aufgrund der Baumwollpreise normaler Uniformstoff so teuer geworden ist. Deswegen, leider Gottes, wir werden die Preise von früher, die wir bei der Bekleidung hatten, nicht mehr halten können. Die Bekleidung wird deutlich teurer. Wir versprechen euch aber, die Kleidung wird ihr Geld wert sein. Wir haben hier einen Superpartner, der auch für das norwegische Militär fertigt, der für die australischen Freitkräfte fertigt, der einen völlig, ich sage jetzt mal, anderen Ansatz in der Qualitätssicherung hat, wo wirklich alles angeguckt wird, jeder Arbeitsschritt wird geprüft, wo wir auch wirklich einen direkten Draht zu haben. Das heißt, zusammen mit dem neuen Material, dem für unsölgewebten Stoff, der für uns gefärbte Stoff, die neuen Verschlüsse von ITV Nexus, die ganzen Kunststoffteile von ITV, die Reißverschlüsse von YKK und, wo es anfällt, das Cordura von Invista, bekommt ihr einfach, ich sage jetzt mal, für etwas mehr Geld als üblich, locker das Doppelte an Qualität, Wertigkeit und Robustheit. Und ich denke, das soll es wert sein. Wie immer, wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns natürlich auch über eure Kritik. Meldet euch bei uns, wenn ihr Anfragen habt, auch wenn ihr euch bei Ausrüstung nicht sicher seid. Wir werden euch definitiv nicht irgendetwas reindrücken, was ihr nicht braucht. Wir sind auch so ehrlich, wir sagen euch, ich pass mal auf, Leute, gib das Geld dafür nicht aus. Das macht nicht das, was du möchtest. Warte lieber auf das oder weiche lieber auf die günstige Lösung aus. Deswegen, uns ist wichtig, dass ihr mit uns kommuniziert. Wir sind jetzt nicht das super Medien-Team. Wir sind auch nicht die, Entschuldigung für den Ausdruck, Rampensäue, was die Präsentation angeht. Wir sind einfach Praktiker. Unser Motto ist ja nach wie vor entwickelt, nicht designt. Und das schlägt sich eben auch bei uns in der Kommunikation nieder. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir können euch bis zur letzten Naht beraten. Meldet euch bei uns. Wir können es euch immer nur anbieten. Macht es davon Gebrauch. In diesem Sinne, ich mache mich jetzt wieder zurück an den Entwicklertisch. Und wir sehen uns. Macht's gut. Und wir sehen uns.